Das Mathe-Abitur 2018 steht vor der Tür und deswegen bekommst du heute meine besten Vorbereitungstipps, wie du in den letzten drei Tagen noch auf 15 Punkte kommst. Willkommen zurück Abitur-Athleten, mein Name ist Löweckl und wir sorgen gemeinsam dafür, dass du durch Top-Abitur-Prüfungen zu deinem Traum-Unterschied kommst. Heute sprechen wir über mein absolutes Lieblings-Abitur-Fach und zwar Mathematik. Ihr habt ja bald alle Mathe und ich hatte letztes Jahr mein Mathe-Abitur, hab da, ich weiß, nur 14 Punkte geschafft. How embarrassing. Meine Lehrerin hat gemeint, ein Punkt hat gefehlt und ich hab an irgendeiner Aufgabe richtigen Bullshit gemacht. Ah, whatever, ich hatte auf jeden Fall das Potenzial und mit dem 1,4-Schnitt und vor allem den 1,0-Abschlussprüfungen hat es ja trotzdem geklappt. Deswegen will ich euch heute meine Top-Tipps mitgeben, wie ihr 15 Punkte Mathe-Abitur schafft. Grundsätzlich haben wir jetzt natürlich nicht mehr viel Zeit. Das bedeutet, es wäre natürlich schon geil, wenn du jetzt schon wirklich viel gelernt hast, wirklich schon deine Sachen am Start hast. Das ist die ideale Voraussetzung. Aber auch wenn es noch nicht so krass der Fall ist, kannst du jetzt in den letzten drei Tagen wirklich noch richtig viel rausholen. Weil wir wissen es alle. Wir sind alles Prokrastinierer und deswegen werden wir in den letzten drei Tagen immer noch mal am besten und am meisten schaffen. Also, wie nutzen wir diese drei Tage am idealsten? Das Wichtigste ist erstmal, dass für diejenigen, die noch nicht so viel gelernt haben, dass ihr euch nicht dafür verurteilt. Macht den Cut, sagt, okay, hier, so war's. Ich kann es nicht mehr ändern. Es geht einfach nur darum, sich voll auf die drei Tage zu fokussieren und da das Maximum rauszuholen. Und egal, wie viel du jetzt davor schon gelernt hast, du kannst nur die Zukunft verändern. Deswegen voller Fokus auf die drei Tage und dann wirst du auch deine Bestleistung bekommen. Gehen wir also davon aus, dass du die einzelnen Themen schon kannst. Das ist sehr wichtig. Wenn du das noch nicht kannst, dann fokussiere ich nochmal kurz vielleicht für ein, zwei Tage, je nachdem, wie lange du brauchst, auf die einzelnen Themenbereiche, damit du da die grundlegenden Verfahren kannst. Wenn du das aber hast, dann ist das Ganze entscheidend, dass du wirklich nur noch mit Abiturprüfungen wiederholst und übst. Üben, 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 üben. In Mathe geht es nicht darum, dass du auswendig lernst. Es geht darum, dass du die Sachen so oft gemacht hast, dass sie im Prinzip automatisch für dich ablaufen. Deswegen empfehle ich dir jetzt gerade in den letzten drei Tagen, übe nur noch, übe nur noch, übe nur noch, damit das Ganze wirklich in Fleisch und Blut übergeht, weil du dann auch in der Prüfung selber, kannst du nicht passieren, dass du so mega aufgeregt bist und Blackout hast und dann die Informationen vergisst, die du dir nur auswendig reingezogen hast, sondern es ist einfach schon in dir verankert. Du weißt ganz genau, wenn das passiert, du machst es im Prinzip schon automatisch, dann hast du auch nicht so ein Problem mit Nervosität. Sprich, du wirst garantiert deine Leistung abrufen. Deswegen üben, 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 damit es wirklich voll Teil von dir selber wird. Wenn du dann, sage ich mal, die nächsten zwei Tage gut Mathe lernst, dann hast du das auf jeden Fall drauf und dann ist es am letzten Tag wichtig, dass du gar nicht mehr so viel lernst. Das ist eine Sache, die ich oft auch nicht gemacht habe. Es sagen ja viele, lerne am letzten Tag nichts mehr, weil du kannst sowieso nichts mehr verbessern oder was jetzt durch ist, ist durch. Das ist in meinen Augen Schwachsinn. In meinen Augen ist es sogar sehr wichtig, dass du am letzten Tag noch lernst, weil wenn du am letzten Tag gar nicht mehr lernst und dann auf einmal voll wieder vier Stunden Mathe machen musst, das ist deinem Kopf dann gar nicht mehr gewohnt. Gut, deswegen würde ich dir empfehlen, mach am Abend nichts mehr, chill da lieber, damit du dann in die Prüfung frisch rein startest, aber am Vormittag lerne auf jeden Fall noch was. Aber wie gesagt, nicht lernen im Sinne von auswendig lernen, sondern lernen im Sinne von, ich mache noch mein Abi durch oder so. Das ist ganz, ganz entscheidend. Und speziell die letzten ein oder zwei Stunden, die du dann am Vortag, also am Dienstag vom Mathe-Abi machst, mach auch da nicht mal mehr Abiturprüfungen, sondern blätter mehr so durch die Themengebiete nochmal durch, ohne sie richtig krass zu lernen, sondern überblätter sie einfach nur, um vom Kopf an den Punkt zu kommen, dass du wirklich alles kannst. Weil dann ist es so, dass du auch, dass du durch alles durchblätterst, ohne konkret, wie gesagt, es geht nicht darum, dass du nochmal was durchliest und nochmal was zu verstehen versuchst, so ein Blick einfach nur, ah ja, okay, das ist Stochastik, ah ja, da gibt es das Verfahren, ah ja, das kann ich, ja genau, ja genau, ja, 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 kann auch ein bisschen langsamer das Durchblättern sein, aber es geht wirklich nur darum, deinen Kopf einfach nochmal diesen Abschnitt sehen zu lassen und für dich selber auch einfach den Cut zu machen und sagen, okay, ich kann das, ich kann das. Dass du dann wirklich so durchblätterst durch alle Sachen, vielleicht durch dein Heft oder durch den Abi-Trainer oder was auch immer du hast und dass du dann wirklich am Ende zuklappst und sagst, ich kann alles, ich kann alles. Natürlich ist es so, dass du vielleicht irgendwelche Kleinigkeiten, irgendwelche Einzelheiten noch nicht perfekt drauf hast, aber darum geht es nicht. Worum es bei dieser Übung geht, die ich euch als allerletztes von eurer Vorbereitung empfehle, ist, dass du für dich selber sagst, ich kann alles und dass du selber dir zutraust, die 15 Punkte zu schreiben. Weil gerade im Mathe-Abi wird es passieren, dass wenn du ein guter Schüler bist und das musst du sein, um 15 Punkte zu schaffen, werden dir sehr viele Aufgaben recht leicht fallen. Aber es wird am Ende vor allem oder auch zwischendrin mal immer eine Aufgabe geben, die einfach tricky ist, wo du viel Neues reinbringen musst, wo du viele andere Sachen dir überlegen musst und an diesen Punkten scheitern die ganzen normalen, guten Schüler, weil sie sagen, oh fuck, ist das schwer. Das kam in den letzten Abiturprüfungen gar nicht dran. Meine Lehrerin hat mir das gar nicht erklärt. Und all den ganzen Bums, okay? Okay, aber wenn du für dich selber davor entschlossen hast, ich kann alles, dann wirst du so an die Prüfung rangehen, dass du jede Aufgabe, die da gestellt wird, auch lösen kannst. Weil diejenigen, die das Abitur machen, können ja nur Aufgaben stellen, die jemand, der das alles gelernt hat, auch alles lösen kann. Und wenn du alles gelernt hast und für dich selber vom Kopf her abgeschlossen hast, okay, ich kann alles, dann wirst du auch mit dieser Erwartungshaltung an die Prüfung herangehen. Und dann in den Aufgaben, wo man eben mehr reinbringen muss, wo alle anderen dann sagen, oh nee, konnte ich nicht, habe meine Lehrerin mir nicht erklärt, weiß ich nicht, habe meinen Hund aufgegessen, keine Ahnung, wirst du halt einfach dir sagen, nein, ich kann alles, ich bin gut genug und wirst diese entsprechende Ausdauer haben, die man einfach in manchen Aufgaben im Abi braucht, um die schlussendlich auch zu lösen. Und dann wirst du von den Aufgaben, die 4, 5, 6, 7, 8 Punkte bekommen, die dir dann eben die 15 Punkte geben, die allen anderen fehlt. Wenn du dann sozusagen deine ganzen Prüfungsvorbereitungen abgeschlossen hast, empfehle ich dir noch ganz stark, plan den morgigen Tag, werde dir wirklich bewusst, wann stehe ich auf, was esse ich, was muss ich mitnehmen, wie komme ich zur Schule, wann muss ich da sein, was will ich in den letzten 15 Minuten vor der Prüfung machen und all diese Dinge, das ist ganz, ganz entscheidend, dass du das auf dem Schirm hast, damit du dann morgen oder eben am Tag von deiner Prüfung nicht die Gedanken machst, oh, bräuchte ich das noch, bräuchte ich das noch, sondern du weißt es im Vorhinein schon. Deshalb empfehle ich dir auch einfach, mach das dann am Nachmittag oder am Abend vor dem Vortag, klär mit deinen Eltern ab, ob sie nicht fahren können oder wie auch immer du es machen möchtest, damit du da wirklich einfach den Kopf frei hast. Und dann kannst du am nächsten Morgen aufstehen, du machst genau deinen Plan, so wie er dir gut tut, gehst in die Prüfung, glaubst an dich selber, voll fokussiert, arbeitest, konzentriert deine Sachen ab und wirst du dann am Ende deine 1 plus bekommen, weil du sie dir einfach verdient hast. Jetzt wünsche ich euch also noch perfekte Konzentration für die letzten drei Tage lernen. Gebt Gas, ihr könnt es schaffen, ich glaube an euch. Wir beide sehen uns im nächsten Video, schreibt mir bitte unbedingt nach dem Mathe-Abi, wie es euch ergangen hat. Das würde mich mega, mega, mega krass interessieren. Das wäre voll geil, wenn ihr nach eurer Prüfung nochmal auf dieses Video zurückkommen könntet und mir einen Kommentar da lasst, damit ich weiß, was eure größten Struggles waren, damit ich die im nächsten Jahr für alle anderen weiteren Schüler auch im Vorhinein schon besser aufgreifen kann, sodass die dann auch wieder bessere Noten schreiben. Das wäre mega korrekt von euch. Gebt Gas, holt euch eure 15 Punkte oder eure Traumnote oder was auch immer ihr wollt. Wie gesagt, wir beide sehen uns im nächsten Video. Euer Leo. Euer Leo. Bis zum nächsten Mal.